Ernst Losen ist ein genialer Weinmacher von der Mosel. Für den Weinkenner Baron Alexander von Essen produziert er diesen unglaublich feinen Riesling-Kabinett. Der Wein heißt Rotlei, weil er ausschließlich von Riesling-Greben stammt, die auf Rotski verstehen. Ein animierender Tropfen mit klarer Frucht, einer mineralischen Art und einer vibrierenden Leichtigkeit. Sein faszinierendes süße Säurespiel fesselt von Anfang an. Dazu hat er Rasse und Klasse.